Du weißt flexen statt schätzen! Kann ich immer dieser Deluxe Dingens farmen? So. Erstmal... So. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich noch bei... Ah, mein Gott. Okay. Ich werde jetzt hier erstmal alles auf meiner Farm machen. Hm. Bin gerade am Ess... Essen. Erstmal wollte ich mit Linus Korb... Oh, warte, hier. Hm. So. Gehen wir mal zu Linus. Hier, Mann. Oh, wow. Schon sechs... Alter. Schon sechs Herzen, Alter. Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Wieso kann ich nicht mit Linus reden? Hm. Alter. Wirklich? Ähm... Jetzt gehe ich erstmal... Wow, okay. Ich muss keinen Katzen. So. Ich nehme euch einfach mit. Sie können Sie das nicht machen? Ja, natürlich ist das. So. Ich bin jetzt. mal mit ich nix dann gehen wir ganz noch ganz kurz zu marni so ich habe gerade noch so ein buch gefunden du hast eine neue fähigkeit erlernt ich kann dir euch so was hier erhalte plus 1 verteilen ist jetzt nichts besonderes oder wo ist mani wirklich wo geht man immerhin alter wo ist mani na ja es ist gut so hier so danke ich gehe jetzt noch in die höhle oder ok ich war doch nicht mehr in der mino so was haben wir denn hier jetzt kann ich den fass bauen der buchhändler ok ich gehe dann gleich hin ich gehe jetzt noch mal rein ich gehe jetzt noch mal rein du bekommst ein bisschen mehr geschwindigkeit wenn du auf einem einem pferd breit ist also was ich kaufe mir das ich weiß es nicht ob was verändert hat oder ich weiß nicht verpiss dich alter ich gehe jetzt in die mine alter scheiße verloren oder also oh man okay 4.000 hier mit den western nachbar beste nachbarin preis dieses monats mit einer kein geldpädonung ja scheiße was für fisch tako man so ich brauche einen von denen okay ich werde jetzt erst mal arbeiten so ich gehe jetzt in die mina und mache das hier okay ich habe diese hüllen patrouille aufgabe fertig so jetzt muss ich nur noch haut nach hause schnell los alter ist wieder fast ein uhr und meine marmelade ist fertig wahoo jahoo okay geil man ich sterbe hier gleich oh wow drei erdkristalle kristalle und es regnet ich werde erst mal ab es kann ich ja schon so ich habe sehr viele bäume gefällt oh wow jetzt kann ich dieses warte 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 ich will sehen wie dieses was kostet das dieses zelt bausatz ja kannst du jetzt wow wow ja okay es ist nicht schwer okay es ist nicht schwer so dann werde ich erst mal alle hühner streichen hallo kann doch mal eine batterie ich brauche eine batterie er verkauft nichts gutes ok so dann gehe ich erst mal zu dir jetzt gehe ich holz farmen und meine farm verbessern nein nicht hier oder nein nein doch da das sind zu viele ok jetzt nicht so viel ja okay dann mache ich das schon so du fährst du fährst Okay, das habe ich schon mal. Wow, jetzt werde ich noch Heu machen. Danke, Mann, heißer. Oder nein, so. Extra Glück, danke. Okay. Oh, wow. Okay, dann werde ich erst mal arbeiten. Okay, wir gehen jetzt zusammen zu Clint. Willst du das eigentlich Herbstmusik sein? Nein. Ich bin ja noch nicht genug mit... Oh, nein. Levis, du musst mit mir Freunde werden. Levis, bitte. Nein. Oh, Mann. Nein, noch nichts Neues. So, Clint. Erstmal hier. Danke, danke. So. Alter. Oder... Oder was ist mit dir los? Ew. Überbackener... Ja, Mann, Hartholz. Oder was soll ich damit machen? Uh, das ist eigentlich scheiße auch. Oh, ja, das ist gut. Und das ist wiederum scheiße. Das ist gut. Danke, Mann. Bruder, wieso bin ich so dumm? Ich missklicke immer. Oh, Ninos ist tot, Alter. Und mein Pferd ist da im... Oh, okay. Ähm. Dann werde ich erst mal nach unten gehen. Oh, wow. Jetzt kann ich hier... Sagt gut, ihr Zeuge. Das ist das beste Item der Weltmann. Wirklich. Iridium springt klar, lalala. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Alter. Das ist viel Geld. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist gut. Nee, warte mal. Ja, hier. Oh, Jam. Warte mal, Jam. Jam. Süßkartoffel. Habe ich? Nein, ich habe Mais nicht. Oh Mann, Alter. Okay. Erstmal alle Tiere. Meine Hartholzfarm wächst auch immer weiter. Das ist auch gut. Oh, ja. Oh, ja, ja, das ist gut. Oh, wow, sogar zwei. Geil, Mann. Dann platziere ich euch da, da, da. Okay. Ähm. Dann gehe ich zum Zauberer. Zauberer? Dinos? Und dann werde ich... Keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, Robin, kann ich dann ein Geschenk machen? Okay. Am 21. Dann mache ich schon mal Robin weiter. Okay, dann sehen wir uns gleich. Bye. Aber was soll ich denn heute machen? Ähm. Ja, ich gehe neben ihn. Okay. So, du. Oder. Wow. Hat jemand uns hier hirngeschissen? Wenn ich sage, verkauf eine Batterie, dann verkaufst du auch eine Batterie. Aber er verkauft keine Batterie. Oh, das ist nämlich mal witzig. Danke, Mann. Jetzt habe ich wieder... Wow, cool, Mann. Witzig, Junge. Wenn YouTube mir diese dritte Funktion erzieht, Game over, Mann. Game over, Mann. Mh, mh, mh. Eher, Mann, oder? Ich bin immer glücklich, wenn ich wilde Lebensmittel esse. Danke, Mann. Mach ja Pilze mehr, oder was? Sag das doch früher. Ja. Danke, das ist wirklich nett. Okay. Bevor ich in die Mine gehe. Oder. Ich wollte mir... Ja, ich will dieses, ähm... Oh, bitte, 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 bitte. Oh, das... Oh, ich habe noch Zeit. Oh, Scheiße. Ich gehe jetzt in die Mine, wirklich. Okay. Oh, wow, Mann. Oh, ich habe fünf mysteriöse Kisten. Die werden wir nächstes Mal öffnen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, nein, oder? Nein, ich habe es nicht zugemacht. Wow. Oh, okay. Ja, jetzt werde ich nicht meine ganze Energie voll haben. Scheiße. Achso, danke. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Ja, das war's für die Folge. Wir werden nächstes Mal weitermachen. In der Mine. Und... Bis bald. Oh, wow. 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 Oh, wow.